Am Ostermontag gedachten die Christen im Dom St. Martin in Rottenburg erneut der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Nach dem Pontifikalamt am Ostersonntag feierten die Katholiken den Ostermontag mit dem Hochamt. Dabei wurden Geschichten aus dem Leben Jesu erzählt, gebetet und gesungen und so gemeinsam als Kirchengemeinde der letzte Feiertag des Osterfestes begangen.